Und herzlich willkommen zu Let's Play The Hunter. Tja, es hat schon lange kein Video gegeben und in der Zwischenzeit ist der Hund rausgekommen, die Labradorin. Und jetzt, da ich mein PC wieder hab, weil ich hab ja mal ein Video gemacht, da hab ich ja gesagt, dass ich kein PC hab. Und ja, jetzt hab ich wieder an seit gestern und dachte ich, ich nimm mal auf. Ja, also, ich hab auch die neuen Klamotten, weil Spielen hab ich keinen Aufnehmer, ne, da, mit meinem Leih-PC. Und den Hund hab ich auch, der ist Level 15 oder so. Jetzt dachte ich, ich geh halt mal auf Gänse. Also, ich würd sagen, ich meld mich, wenn ich was hab. Bis gleich. So, da kommen schon die Gänse. Die lasse ich jetzt mal landen und werde mit dem Bogen schießen. Seitdem die Blingington so laut ist, nehmen wir für Gänse meistens einen Bogen mit. So, wir sind immer ziemlich nahe Woche. Ja, der erste liegt. Na, der war vorbei. Also, jetzt glaube ich, es aber. Probe ich mal da drüben. Also, gut, heute ist einfach nicht mehr Tag. Hä? Und das sein, dass ich nur eine triff. Also, machen wir es jetzt so. Ja, genau. Jetzt war ich, dass ich das Ding nachladen. Jetzt kannst du es vergessen. Heute ist einfach nicht mehr Tag. So, ich meld mich, wenn ich was hab. Ja, da hat es schon etwas länger keine Gänse mehr kommen. Ich werde den Hund jetzt mal apportieren lassen. Na, wo dann dann hin. Ja, fein macht er das. Wir haben einen braunen Rüden, hab ich mir gekauft. Ich werde das. Schaut noch etwas komisch aus, dass die ganz fest größer ist wie der Hund. Das versteht ihr jetzt nicht. Und bei den Enden, der Hund kann also auch dorthin, wo man als Spieler nicht hinkommt, weil der Hund kann in den tiefen Stellen schwimmen. Nun, vor allem ein Kumpel von mir, der Hund, der schwimmt immer zu weit und dann fliegt er irgendwo bei der Map-Grenze runter, also der kommt dann nicht mehr zurück, wenn er einmal losliegt. Das dürften jetzt alle gewesen sein, also mit V, für die, die es nicht wissen, kann man Hund Befehle geben. Bis jetzt dürfte ich schon fast jeden Hund haben, der ihn haben will. Tja, ich würde sagen, ich warte weiter auf Gänze und hole euch dann wieder dazu, wenn wieder was da ist. Bis gleich. So, hm, keine Ahnung, aber irgendwie kommen keine Gänze mehr. Da sind wir jetzt einsammeln und dann das Video auch beenden. So, hm. So, ein D-Trofen. Ähm, da liegt noch ein, also, äh, nicht wirklich eine große Ausbeute. Eigentlich treffe ich ja besser, aber keine Ahnung, hat das irgendwie nicht mehr Tag. Äh, wo ist jetzt der Hund hin? Ach, der Kumpel, ja. So, aber ich würde sagen, Sitz habe ich gesagt. Ich würde sagen, das war's auch wieder von mir und meinem Hund und wir sehen uns dann mal in einem anderen Video wieder. Also bis dahin, ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020